Die vollständig digitalisierte und vernetzte Produktion der Zukunft, Industrie 4.0. Hält unaufhaltsam Einzug in die Fabriken. Eine ziemlich steile These des ZVI, oder? Genau darüber wollen wir heute sprechen. Wie nah sind wir eigentlich bereits heute an der Industrie 4.0? Was ist heute schon umgesetzt und was eher Zukunftsmusik? Herzlich willkommen zum Webcast der Reihe von Trend to Reality, wo wir über Trends im Maschinenbau sprechen und über reelle Lösungsansätze. Mein Name ist Anna Brunzel und ich bin Kommunikationsmanager Systems bei Lenze. Bevor wir starten, kurz zum Ablauf. Sie haben gleich die Möglichkeit, Ihre Fragen live im Chat zu stellen. Auf diese werden wir eingehen und zum Ende hin auch ausgewählte Fragen hier live diskutieren. Und damit starten wir direkt. Industrie 4.0. Da ist ein zentrales Thema die Asset Administration Shell, zu Deutsch die Verwaltungsschale. Ein Konzept, um dieser Vision von Industrie 4.0 nahe zu kommen. Ich freue mich heute, zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Das ist Falk Vespermann. Er ist Global Segment Manager bei Lenze und ist viel mit Kunden im Austausch. Und Dennis Göllner. Er ist Doktorand bei Lenze und forscht zum Thema digitaler Zwilling. Herzlich willkommen an euch beide. Wollt ihr euch gerne auch nochmal kurz vorstellen? Ja, gerne Anna. Ja, mein Name ist Falk Vespermann und ich bin bei Lenze für die Vermarktung unserer Automatisierungslösungen in unseren Fokussegmenten zuständig. Mein spezieller Fokus dabei nochmal ist auf Textilmaschinen und in vielfältigen Gesprächen mit Kunden, Zusammenarbeit in Projekten und auch auf Messen merken wir ganz klar, dass die Digitalisierung immer weiter fortschreitet. Das ist ein Trendthema und im Gegensatz zu vor einigen Jahren, als es noch eher so etwas nebulös wird, da kommt es jetzt doch zu einer ganz starken Umsetzung. Das heißt, es wird wesentlich konkreter und darum freue ich mich, dass Sie heute hier so zahlreich dabei sind. Ja, hallo und ich bin Dennis Göllner. Ich bin hier bei Lenze in der Abteilung Innovation tätig. Das ist sozusagen die zentrale Forschungsabteilung und ja, ich forsche, promoviere hier auch in Arbeit, insbesondere in Verbund Forschungsprojekten mit Partnern hier aus der Umgebung und das Ganze zum Thema digitaler Zwilling und der Verwaltungsschale. Bevor wir ins Detail einsteigen, Verwaltungsschale, würde ich gerne einmal so eure beiden Perspektiven abholen. Was sind denn aus eurer Sicht einmal sozusagen als Ohr am Markt und aus Forschungssicht die zentralen Herausforderungen? Ja, zentrale Herausforderung ist ganz klar heutzutage vielleicht mehr denn je Effizienzsteigerung. Also das ist ja eigentlich auch das, was die Digitalisierung uns ermöglicht, also auf Daten zuzugreifen, fast unbegrenzt Daten zu speichern und zu erheben und daraus einfach auch Wert zu generieren. Einmal, um die Effizienz im eigenen Betrieb zu steigern, andererseits dem Kunden aber auch einen Mehrwert zu geben. Und was wir jetzt ja auch stark merken, eben die asiatischen Wettbewerber werden stärker. Das heißt, wir müssen uns oder die Europäer müssen sich noch weiter differenzieren und da bietet die Digitalisierung hervorragende Möglichkeiten auch der Erarbeitung neuer Geschäftsmodelle. Und das entlang des gesamten Wertschöpfungsprozesses vom Engineering, aber dann auch Übergabe von Daten draußen an die Prozesse, die nachgelagert sind, wie Produktion von Maschinen und dann später auch das Asset Management in dem Fall, also dann die Wartungsservicierung von Maschinen. Und für den Maschinenbauer auch mit der installierten Basis der Maschinen weiterhin in Kontakt zu bleiben. Das reißt heute noch oftmals ab und ich behaupte mal einfach, die Maschinenbauer wissen teilweise gar nicht, was mit ihren Maschinen im Feld passiert. Ja, ich würde vielleicht nochmal ein kleines konkretes Beispiel, ein kleines konkretes Problem versuchen zu beschreiben. Heute ist es häufig so, dass unsere Kunden, die OEMs, die Maschinen bauen, die gucken sich an, die wollen neue Komponente, in ihre Maschine integrieren und suchen jetzt Informationen zu diesen Komponenten. Und heute ist es eben sehr häufig so, dass die dann auf die Seiten, auf die Homepages von uns gehen, auf die Homepages von unseren Mitbewerbern gegebenenfalls auch und dann da irgendwo versteckt oder möglichst gut natürlich auf der Homepage präsentiert. Aber Datenblätter finden, PDFs finden, wo die Informationen unterschiedlich benannt sind. Und ja, das führt natürlich zu einem hohen Mehraufwand, da diese Informationen zu bekommen. Und das Ganze, dieses Problem zieht sich durch eigentlich bis zum Ende, wo die Maschinen in der Produktion sind und man eigentlich so eine Art Machine-to-Machine-Kommunikation erreichen möchte. Dafür werden Schnittstellen benötigt zwischen diesen Maschinen, um diese Kommunikation autark zu ermöglichen. Und das sind heute aber noch Probleme, die angegangen werden müssen. Falk, die AAS, zu Deutsch Verwaltungsschale, etwas sperrig. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Ja, wir haben da mal so eine kleine Grafik vorbereitet, wenn man das sehen kann. Die Administration Shell und wir sehen jetzt hier auch das Schlagwort digitaler Zwilling. Da kommen vielleicht Fragen auf. Mensch, sind wir hier im falschen Webcast? Nein, ist es nicht. Definitiv nicht, weil die Verwaltungsschale stellt im Grunde genommen die Realisierung des digitalen Zwillings dar oder die Umsetzung des digitalen Zwillings in Industrie 4.0, so ist es auch definiert. Hört sich auch ein bisschen sperrig an, muss es noch ein bisschen einfacher zu machen. Ich habe einen Gegenstand, das kann eine Komponente sein, kann eine Maschine sein, im Zweifel auch eine ganze Fabrik. Und ich muss jetzt dieses Asset, wie es genannt wird, in irgendeiner Weise in meiner digitalen Welt erfassen können. Und dazu braucht es ein Datenmodell und ein Kommunikationsmodell. Und das stellt diese Verwaltungsschale dar, praktisch die Klammer. Man kann es hier ganz schön sehen und diese Verwaltungsschale wird im Laufe des Lebenszyklus mit Daten aufgefüllt, auch übergeben. Es könnte auch eine zweite Verwaltungsschale geben, wo dann jetzt zum Beispiel der Maschinenbauer nur die Daten weitergibt, die natürlich jetzt für den nächsten Schritt erforderlich sind. Er wird ja schwerlich seine Entwicklungsdaten weitergeben. Und diese Verwaltungsschalen sind auch wieder alle miteinander verbunden. Das heißt, anhandlicher Zugriff und herstellerunabhängig. Und das ist eben auch das Spannende an der ganzen Sache. Die Daten ziehen sich komplett durch. Am Anfang gibt es mal eine Serialnummer zum Beispiel. Also es kann die Maschine geben in der Entwicklung zum Beispiel. Da ist es dann noch eine, die auf einem Type ist. Wenn ich bei uns einen Umberichter nehme, zum Beispiel, ist es ein I500 zum Beispiel, ein bestimmtes Leistungskluster und geht dann zur Instanz, wenn es eine Serialnummer kriegt. Das ist ein eindeutiger. Aber alle diese Schalen greifen wir aufeinander zu. Und wenn ich jetzt später zum Beispiel mal ein Asset Management mache im Service, habe ich immer noch mal eine Dokumentation im Zugriff, die vielleicht einem Produzenten erzeugt wurde. Okay, Dennis, wir haben ja gerade gehört, herstellerübergreifend muss das Ganze sein, damit es funktioniert. Wer arbeitet denn da eigentlich mit? Genau, also das ist ein Stichwort. Wir hatten ja eingangs die Probleme beschrieben. Das muss durch das ganze Wertschöpfungsnetz funktionieren. Diese Daten müssen durchgängig sein. Das heißt, dieses Datenmodell der Verwaltungsschale muss standardisiert werden. Das Ganze passiert im zentralen deutschen Gremium der Plattform Industrie 4.0. Das ist geleitet von der Bundesregierung und da drin sind verschiedene weitere Verbände wie Bitkom und der ZWEI organisiert. Und darin wird diese Verwaltungsschale, dieses Informationsmodell, wir gehen da gleich noch mal ein bisschen genauer darauf ein, da werden diese Inhalte und dieses Modell standardisiert. Das heißt, da sind verschiedene große und kleine deutsche Unternehmen, die da zusammen dran arbeiten. Und gleichzeitig gibt es aber auch dann Diskussionen und Austausch nach oder in die USA, nach Asien, sodass das Ziel ist, da ein weltweites Konzept und einen gemeinsamen Standard zu etablieren. Und das geht jetzt so weit, dass es auch als IEC-Norm, der Antrag ist durch quasi. Und das heißt, da ist eine Norm in der Entstehung, die wirklich international dann genutzt werden kann. Falk Lenzer hatte ja auf der letztjährigen SPS in Nürnberg ein Showcase dazu. Also sozusagen die AAS zum Anfassen. Magst du das mal beschreiben, was wir da gezeigt haben? Ja, klar, gerne. War auch ein großer Publikumsmagnet, weil viele halt über das Thema sprechen. Aber die wenigsten haben da wirklich schon was zu zeigen. Und natürlich ist es auch im Zukunftsthema ganz klar, aber man muss sich eben auch schon heute damit beschäftigen. Also was haben wir hier gezeigt? Wir haben mal diese Wertschöpfungskette vom Engineering bis zum Aftersales beschrieben. Wir haben da die Tools Easy System Designer. Das ist ein Lenzer-Tool. Und in diesem Tool kann ich Architekturen zusammenbauen. Also ich designe meine Maschine in diesem Tool, greife dann dabei und jetzt kommt die AAS ins Spiel auf Datenbanken zu, kann das Ganze anreichern, in dem Fall zum Beispiel mit Betriebsanleitungen, kann PDF sein, E-Plan, Makro. Und so weiter, sodass ich später dann meine Maschine und die haben wir auch gezeigt, in dem Fall war es eine Pickerzelle, betrieben haben. Und diese Pickerzelle oder diese Maschinenmodule können dann auch in einem weiteren Showcase, haben wir das gezeigt, über Plug-in-Produce miteinander kommunizieren. Das heißt, die Verwaltungsschalen unterhalten sich. Das ist halt auch ein ganz spannendes Thema, auch Zukunftsthema, aber eben von uns realisiert. Und im nächsten Schritt, unser Asset-Management, greift dann wiederum auf exakt diese Daten zu. Das heißt, auf Typ-Daten, die entsprechend Dokumentationen bereitstellen, aber eben auch über die Serialnummern, auf das, was mit den Assets jetzt auch schon passiert ist. Und dann zum Beispiel im Austauschfall, im Servicefall, direkt eine Ersatzzeit bestellen zu können, oder aber auch den Service auf ein Asset denken zu können, um dort zu sehen, was ist denn mit dem eigentlich passiert, wie war die Auslastung und so weiter. Weil ein Teilmodell zum Beispiel wäre jetzt ja auch Condition Monitoring. Also es greift alles zusammen. Und das symbolisiert halt auch diese Klammer. Und ja, war total spannend. Wird auch spannend, so die Kundenreaktion. Waren halt erstaunt, dass sowas überhaupt schon möglich ist. Und viele kamen eben einfach aus ihrer kleinen Domäne. Die einen waren mehr aus dem Engineering und sagten, Mensch, da ist ja echt noch mehr drin. Es ist ja toll, dass das so funktioniert. Andere kamen jetzt mehr aus der Ecke Service und sagten, ach, die Daten kommen ja schon woanders her. Also dieses, so ein gewisses Aha-Erlebnis, aber eben auch so, ja, die Botschaft, Mensch, da müssen wir was machen. Andererseits aber auch, da ist was für uns drin. Also, kam echt gut an. Ja. Zum Plug of Reviews haben wir übrigens auch einen Webcast bereits aufgezeichnet, finden Sie bei uns im YouTube-Channel. Dennis, das hört sich ja plausibel an, was Falki präsentiert. Magst du noch mal ein bisschen erzählen, wie sind da so die Hintergründe? Also wie ist das wirklich realisiert, technisch? Genau. Ich würde jetzt diese einzelnen Schritte, die Falk gerade einmal, der hat gerade einmal den Überblick gegeben, ich würde in die einzelnen Schritte noch mal im Detail reingehen. Und zwar hatte Falk eben schon erwähnt, es gibt das Lenzetool, der Easy System Designer. Man sieht hier jetzt einen Screenshot aus diesem Tool, um da noch mal, wenn sich da jemand noch mal für interessiert, da gibt es in zwei Wochen auch noch mal einen separaten Webcast zum Thema Digital Engineering. Wir haben dieses Tool als Ausgang genommen für unsere Verwaltungsschalen. Das heißt, wir haben hier eine Maschine, die sogenannte Pickerzelle, und in diesem Engineering Tool kann ein Kunde von uns quasi seine Maschine modularisieren und die einzelnen Antriebsachsen auslegen und die Komponenten auswählen. Das heißt, man sieht das hier, wir haben hier rechts die Struktur, wir haben hier ein In-Feed-Maschinenmodul, haben zwei Picker mit jeweils drei Antriebsachsen und so weiter. Und diese ganzen Informationen, das heißt, welche Komponenten sind denn jetzt eigentlich in meiner Maschine verbaut, die haben wir quasi aus dem Easy System Designer exportiert und dann in eine Verwaltungsschalenstruktur gebracht. Das heißt, wir haben gesagt, eigentlich macht es da Sinn, weil damit muss unser Kunde weiterarbeiten, damit können andere auch weiterarbeiten. Eigentlich ist das der Ausgangspunkt für die Verwaltungsschalen einer Maschine. Und was wir dann gemacht haben, wir haben, um das Ganze ein bisschen besser darstellen zu können, so eine Augmented Reality Umgebung implementiert. Man sieht das hier, das ist jetzt eine Komponente, die in dieser Pickerzelle quasi drin ist. Und da, wenn man sich die anschaut, kann man mit der Augmented Reality, also das ist jetzt ein Screenshot von einem Tablet, dann wird quasi genau die Verwaltungsschale mit ausgewählten Informationen dazu dargestellt. Das heißt, in dieser Verwaltungsschale sind jetzt im einfachsten Fall hier vier Merkmale drin, wie Datenblattdaten, Seriennummer und so weiter, um das einfach mal vor Auge zu haben, was das eigentlich bedeutet. Wir haben einen standardisierten, einheitlichen Zugriff auf diese Informationen. Und was jetzt aber dahinter steckt und was auch quasi standardisiert wird im Gremium, ist dieses Metamodell der Verwaltungsschale. Das ist jetzt ein bisschen eine technischere Sicht auf das Ganze. Man sieht jetzt hier, wie müssen diese Informationen strukturiert sein zu dieser Verwaltungsschale, zu dieser Komponente, zu diesem I700. Da sind jetzt ein paar wichtige Sachen, auf die ich einmal kurz eingehen möchte. Man sieht hier oben quasi der Teil Asset Administration Shell. Diese AAS, um es mal einfacher zu sagen, hat eine eindeutige ID. Das heißt, das braucht jede Verwaltungsschale und darüber kann ich immer eindeutig die Informationen zu diesem Gerät wiederfinden. Und die eigentlichen Inhalte zu diesem Gerät sind dann in sogenannten Submodels oder Teilmodellen strukturiert. Man sieht hier zum Beispiel ganz einfach ein Asset Picture. Das ist in einem Teilmodell Asset Identification abgelegt. Um jetzt ein bisschen weiter auch ins Detail zu gehen, gibt es zum Beispiel hier auf der rechten Seite ein Teilmodell Technische Daten, wo man jetzt aufgeklappt sieht, ein Merkmal IP Class zum Beispiel. Und jetzt hat man hier dieses Merkmal IP Class, das ist gleich IP20. Ich hoffe, man kann das erkennen. Dieses Merkmal, das würde man jetzt so in einem Datenblatt typischerweise finden. Damit das Ganze aber maschinenlesbar wird und maschinenverständlich wird, braucht dieses Merkmal Semantik. Und das sieht man hier unten. Das ist ja auch beispielsweise einmal aufgeklappt. Da ist eine sogenannte eClass-ID hinterlegt. eClass, vielleicht sagt es einigen was, das ist ein Katalog, in dem auch wieder verschiedene Hersteller zusammen Merkmale definieren. Das heißt, anhand dieser ID, die jetzt hier in der Verwaltungsschale steht, ist jedem Software-Tool klar, dass dahinter genau dieses Merkmal IP Class steht. Und dadurch wird es eben maschinenverständlich. Und das ist quasi das, also einmal diese Struktur, wie muss ich diese Information strukturieren, das ist definiert. Und was jetzt eben auch definiert wird, sind diese Teilmodelle. Also welche Inhalte müssen in so einem Teilmodell drinstehen. Und um da einmal so einen Eindruck zu geben, haben wir das hier einmal quasi aufgeklappt, technische Sicht einmal dargestellt. Und diese Informationen haben wir jetzt genommen und haben die wiederverwendet. Also wir hatten ja eben einmal den Überblick gesehen. Die sind entstanden jetzt im Engineering-Tool und die gehen jetzt quasi im Lebenszyklus mit, werden angereichert mit Betriebsdaten und können hier in einem Lenz-Asset-Management-Tool wieder importiert werden. Das ist jetzt hier quasi schon passiert. Wir haben sozusagen hier so einen Import-AAS implementiert. Und man sieht jetzt hier genau diese Struktur, die im Engineering entstanden ist, ist jetzt hier wieder drin. Man hat jetzt hier die einzelnen Maschinenmodule und Komponenten. Das geht runter jetzt wieder bis auf unseren E700, den wir eben im Detail betrachtet haben. Und auf der rechten Seite nochmal so eine Sicht auf bestimmte Merkmale, die jetzt dann aus dieser Verwaltungsschale herausgezogen werden konnten. Und das heißt, das hätte man jetzt natürlich auch proprietär lösen können. Aber so ist es eben möglich mit diesem einheitlichen standardisierten Format, dass beliebige Hersteller eigentlich Tools implementieren können und können sich darauf verlassen, dass die Informationen immer in dieser standardisierten Struktur bereitgestellt werden. Und ja, das einmal so als Blick ein bisschen ins Detail von diesem Showcase, um mal zu verstehen, was eigentlich konkret hinter der Verwaltungsschale steckt und was eigentlich heute auch schon möglich ist, was man damit eigentlich schon machen kann. Hier hat das ja Lenze einmal demonstriert, was da heute schon möglich ist. Aber letztendlich ist es natürlich auch keine Lenze-Erfindung, sondern es braucht die Zusammenarbeit von anderen auch. Welche konkreten anderen Beispiele gibt es hier, die du vielleicht auch nennen könntest? Ja, genau. Es gibt da noch ein sehr schönes Beispiel. Das ist auch letztes Jahr zur SPS entstanden. Das ist online zu finden. Wir posten den Link jetzt einmal im Chat. Das ist quasi das, das nennt sich digitales Typenschild. Da haben sich verschiedene Hersteller zusammengetan und haben gesagt, ach, eigentlich müssten wir doch als absolute Basis erstmal die Informationen, die zu meinem Gerät heute auf dem physikalischen Typenschild sind, die müssen wir doch eigentlich erstmal standardisiert und einheitlich von allen abgebildet haben. Und deswegen haben da quasi die einzelnen Hersteller, man sieht das auf der Seite, wenn man sich das anschaut, wer da dabei war, einmal genau diese Inhalte und ein paar Dokumentationen, PDFs in diese Struktur der Verwaltungsschale gebracht und das auf diesem Server hochgeladen. Und da sieht man eben, was das für Vorteile bringt, wenn alle diese Struktur einheitlich verwenden. Ja, super. Danke für den Ausblick, dass man sich hier dann nochmal weitere konkrete Projekte angucken kann. Das mit dem Typenschild ist sicherlich für viele auch interessant. Und Falk, als Maschinenbauer, was sind jetzt so die nächsten konkreten Schritte, die man hier gehen sollte und muss? Ja, also einmal ist es ja schon mal spannend und auch wichtig zu wissen, es ist nicht die Verwaltungsschale und irgendwann mal ist die fertig und entweder ich bin da dabei oder nicht, sondern die setze ich so raus aus vielen kleinen Teilaspekten. Das heißt, die Maschinenbauer könnten jetzt erstmal hergehen und sehen, wo habe ich zum Beispiel Systembrüche? Also wo muss ich Daten manuell von einem Tool ins nächste exportieren? Was könnte mir das Leben leichter machen? Die Maschinenbauer haben ja auch die Herausforderung, eben halt schneller immer zu arbeiten. Preisdruck, das heißt skalierbare Maschinen, modulare Maschinen, da hilft es eben auch einfach Sachen immer wieder zu verwenden und dann aber auch daran zu denken, dass diese Daten ja weitergegeben werden müssen an den nächsten Partner, in dem Fall den Maschinenbetreiber, um dann vielleicht auch wieder im eigenen Engineering benutzt zu werden, wenn nämlich Rückflüsse aus der Produktion kommen. Das heißt, an der Stelle auf jeden Fall einfach gucken, die kleinen Sachen und anfangen, sich damit zu beschäftigen. Also was gar nicht geht, ist eben einfach nichts zu machen. Denn Industrie 4.0 hat ja auch so einen gewissen disruptiven Ansatz oder Charakter. Und wer einmal den Faden dann verloren hat, der holt ihn womöglich später nicht mehr auf. Das heißt, damit beschäftigen und sich mit seinen Antriebspartnern einfach mal austauschen. Und mit kleinen Schritten nach vorne gehen. Also wir sind jetzt in vielen kleinen Projekten auch mit Maschinenbauern dabei und da sind es eben auch kleine Schritte, die wir da gehen. Aber das fügt sich hinterher zusammen. Man muss also nicht warten, bis alles fertig ist. Dann ist es zu spät. Und dann ist aus Forschungssicht, wie können da Kunden sozusagen den Faden auch aufnehmen? Genau, also wir haben nochmal zwei Links vorbereitet. Das spricht wahrscheinlich insbesondere Entwickler oder Forscher an. Das ist einmal der sogenannte AAS-X-Package-Explorer. Das ist ein Tool, in dem man einfach mal dieses Metamodell, also dieses Informationsmodell, diese Struktur kennenlernen kann, seine eigenen Komponenten darin abbilden kann. Das posten wir einmal im Chat. Und als zweites, das ist etwas umfänglicher. Aus dem Forschungsprojekt kommt das, aus dem Forschungsprojekt Basissystem Industrie 4.0. Das hat jetzt gerade ein Folgeprojekt auch, bei dem wir auch beteiligt sind, Basissystem Industrie 4.2. Da ist eine Open-Source-Lösung entstanden, Basics nennt sich die. Und dazu posten wir den Link auch einfach mal im Chat. Da gibt es eine Dokumentation zu. Also wer da jetzt interessiert ist und wer da mitmachen möchte, seine Komponenten abbilden möchte, einfach mal da auf den Seiten nachschauen und sich da mal ein bisschen zurechtfinden und ja, erste Implementierungen starten. Okay, super. Vielen Dank bis hierhin. Ich schaue im Chat. Wir haben auch schon erste Fragen. Wo liegt denn die Asset Administration Shell und wie kann ich auf sie zugreifen? Es ist spannend. Also rein theoretisch könnte die Asset Administration Shell sogar auf einem intelligenten Gerät liegen. Ist aber eigentlich nicht so die natürliche Umgebung, denn man sollte ja auf die Shell, auf die Daten zugreifen können von allen Punkten aus. Das heißt, eigentlich ist die Homebase für die Asset Administration Shell ist schon mal zumindest On-Premise irgendwo im Edge-Bereich oder noch besser in der Cloud. Und ja, darauf zugreifen kann man zum Beispiel eben mittels OPC UA als Kommunikationsmedium oder Protokoll, wo ein OPC UA als Informationsmodell eben nur einen Teil widerspiegelt. Das heißt, da ist auch dieser Dualismus. OPC UA ist nicht die Shell, aber OPC UA ermöglicht eben alles, aber ist eben nicht, ist halt nicht alles. Genau, das ist tatsächlich auch eine weitere Frage. Also welche Rolle spielt eigentlich OPC UA dabei? Bist du ja gerade schon darauf eingegangen. Möchtest du noch ergänzen? Ich wollte gerade noch mal ergänzen zu der Frage eben, also das Konzept der Verwaltungsschale ist eben so weit gedacht, dass es eigentlich am Ende egal ist, wo die Informationen liegen. Also durch, ich hatte das eben kurz angesprochen, diese eindeutigen Identifier. Wenn man da die Implementierung vernünftig gestaltet, dann ist es eben über diese Identifier immer klar, wie in so einem Telefonbuch kann ich dann diese Informationen wiederfinden. Das heißt, wo die dann liegen, steht in diesem Telefonbuch und das kann ich mir dann aber aussuchen. Also zum Beispiel eine PDF oder ein Dokument wird wahrscheinlich eher dann in der Cloud liegen und Prozessdaten eher auf dem Gerät. Und das, ja, über diese Identifier kann ich das verteilt abspeichern. Und zur anderen Frage, also, ja, die OPC UA, wie spielt das zusammen? Also OPC UA ist ja in der Regel was, was im Betrieb verwendet wird, wo Maschinen quasi wirklich im Betrieb Prozessdaten bereitstellen, austauschen und wirklich als quasi Nachfolger von Feldbussen gedacht ist. Und die Verwaltungsschale sieht quasi, dass der Lebenszyklus eigentlich weitergeht als nur dieser Betriebsfall. Wir hatten das ja eben, wir haben jetzt auch sehr viel über das Engineering gesprochen. Da spielt OPC UA erstmal eher nicht so eine große Rolle. Und was jetzt die Verwaltungsschale macht, das ist quasi ein technologieneutrales Informationsmodell, was sich in OPC UA abbilden kann, beispielsweise aber auch in Automation ML. Und so kann ich eben Durchgängigkeit durch den ganzen Lebenszyklus einer Komponente erreichen. Okay. Eine weitere Frage. Gibt es eine Einschätzung, wie lange es noch dauert, bis ein Standard erreicht ist? Naja, kann man schwer einschätzen. Also ich würde mal sagen, dieses ganze Konzept Verwaltungsschale ist nie richtig vollständig fertig. Und das ist auch eigentlich gar nicht der Sinn. Durch diese Strukturierung in Teilmodelle ist es eben so, also es ist jetzt standardisiert, jeder kann anfangen, mit diesen Verwaltungsschalen zu arbeiten. Aber welche Inhalte jetzt eigentlich in die Teilmodelle müssen? Dafür müssen sich jetzt quasi Gruppen zusammenfinden, die einen bestimmten Maschinentyp, bestimmte Komponenten entwickeln. Da gibt es jetzt zum Beispiel Gruppen, die quasi so Antrieb 4.0, also Antriebshersteller, die da erste Teilmodelle entwickeln. Und diese Teilmodelle stehen dann für sich. Das heißt, wenn ein Teilmodell für einen Anwendungsfall fertig ist, dann ist das quasi fertig, dann kann das jeder verwenden. Und so wird es immer wieder neue Anwendungsfälle geben, die dann neue Teilmodelle erfordern. Und so wird das Konzept immer weiterentwickelt. Genau, denn einige gibt es ja auch schon. Wenn man sich jetzt an die Companion Specs zum Beispiel anguckt, für verschiedene Maschinentypen, Euromap für Spritzgussmaschinen oder eben die PacML, OMAC im Bereich Consumer Goods. Und aus Erfahrung weiß ich eben, dass sich andere Textilmaschinen zum Beispiel damit auch beschäftigen. Die haben es noch nicht fertig, arbeiten aber dran. Und das ist ja das Schöne. Man kann es modular runterbrechen. Und was ich schon sagte, also es ist ja nicht, auf einmal ist alles fertig, sondern es sind Teilmodelle. Und die Asset Administration Shale bildet dann ja den Schirm, die Klammer um das Ganze. Das heißt, an die Maschinenbauer halt da anfangen, wo man gerade arbeitet, dort die Gruppen suchen, wieder standardisieren. Und das wird dann hinterher dafür genutzt, um es dann in der Asset Administration Shale zusammenzubinden. Wenn ich mich jetzt immer als Maschinenbauer in einem Kontext bewege, beispielsweise nicht in der Verpackungsindustrie, wo es schon erste Standards gibt, und ich das Gefühl habe, dass meine Kunden, die Endanwender, eigentlich noch gar nicht so sehr danach fragen. Inwieweit muss ich mich heute damit trotzdem schon beschäftigen? Es ist ja genau dieses herstellerunabhängige. Also wir sehen es halt in einigen Industrien, da werden schon ganzheitliche Lösungen angeboten. Zum Beispiel Systeme, die jetzt einem Betreiber von, in einer gewissen Industrie, glaube ich mal bei Textil, einfach ermöglichen, alle Maschinen einzubinden. Das heißt, die versuchen natürlich dadurch, die Endkunden zu binden in ein proprietäres System. Ich bin mal gespannt, ob sich das denn die Endkunden so lange gefallen lassen. Es geht in dieses herstellerunabhängige. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo der Endanwender dann sagt, ich habe SIR Party und ich möchte gerne die Komponenten jetzt rein integrieren. Und habt ihr eine Verwaltungsschale sozusagen, bietet ihr das mit an? Und das wird irgendwann Voraussetzungen werden, alleine schon in der Produktauswahl. Wenn sich jetzt der Einkäufer daher setzt und jetzt beim Maschinenbauer zum Beispiel eine Komponente sucht, dann wird der über die Verwaltungsschale in Kataloge gehen, vielleicht in Ausschreibungsplattformen, und wir da Komponenten suchen, die weitaus mehr und besser beschrieben sind, als es das heute der Fall ist. Und wer nicht dabei ist, der ist dann halt nicht dabei. Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also wir sind ja mit einem Statement, mit einer These gestartet, die ja auch vom ZVI kam. Und wenn man dem Ganzen glaubt, und das tun wir, glaube ich, das tue ich, dann muss man eben auch diesem Hauptkonzept dahinter folgen. Und ja, ich bin mir sicher, dass man das tun sollte. Ja, ich sehe, dass wir noch einige Fragen im Chat haben. Wir werden gleich noch die Möglichkeit haben, dass Sie weiterhin noch mit unseren beiden Experten, Frank Vespermann und Dennis Göllner, auch weiterhin chatten können. Erstmal bis hierhin vielen Dank an euch. Schön, dass ihr heute da wart. Danke an die Zuschauer. Ja, wir blenden jetzt auch noch mal kurz die Kontaktdaten ein der beiden. Sie können sie gerne auch noch mal direkt kontaktieren per E-Mail, LinkedIn, Telefon und hier einfach noch mal tiefer einsteigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich hoffe, dass Sie heute wertvolle Impulse mitgenommen haben. Was sicherlich deutlich wurde, ist, dass die Industrie 4.0 mit einer durchgängigen Vernetzung und Digitalisierung noch nicht erreicht ist, dass wir aber wirklich mit großen Schritten voranschreiten, wie man auch an der Arbeit in den Gremien und Verbänden sieht. Und was sicherlich auch deutlich wurde, ist, dass es als OEM heißt, hier auch wirklich mitzuarbeiten, die Standards mitzugestalten und in den Industrien, wo es bereits welche gibt, diese auch tatsächlich zu nutzen. Weitere Infos zu weiteren Talks finden Sie auf unserer Webseite und die bisher aufgezeichneten auf unserem YouTube-Channel. Einfach abonnieren, dann verpassen Sie auch keine weiteren Folgen. Ja, nächste Woche geht es mit dem Thema weiter Energieeffizienz im Maschinenbau und wir schauen uns einmal die BILCO-Design-Richtlinie an. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit an den Standards. Bis dahin. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit an die Zahlenbevehisch Azure und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit an der Arbeit an das Juliette. Bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen Dank.